So, heute haben wir Freitag, das heißt jetzt nicht Freitag ist Badetag, aber wir müssen heute Max und Frieda kämmen, das ist jetzt einfach soweit und wer es noch nicht gesehen hat, ich zeige euch jetzt mal wie Max, ich hoffe es funktioniert, ganz friedlich da liegt und sich kämmen lässt. Ja, und ihr werdet es kaum glauben, ich habe Max nicht erreicht, aber Frieda, die kleine Maus, ja, Frieda hat sich auch ganz lieb, die weiß schon was blüht, das tut ja nicht weh, so, haben wir verschiedene Utensilien, das ist so eine weiche und eine harte Bürste mit so Metallzinken, und Frieda, wo sie überhaupt nicht damit klarkommt, das ist ja hier, kennt ihr ja alle, den Fuminator. So, ich drücke auch überhaupt nicht auf, ich merke auch den Rücken und das ganze tote Haar, ihr werdet es gleich sehen, guckt an, das ist jetzt extrem viel und Frieda kriegt jetzt auch das tote Fell rausgekämmt, ganz leicht. Die Frieda erinnert sich wahrscheinlich an ihre Mama, weil, ja, wenn Frieda so da sitzt und jetzt hier hinten, das hat sie am liebsten, weil, die Mama, wenn die Frieda als Baby, als Kitten, wenn die aufgeregt war, oder wenn Katzen aufgeregt sind, dann macht die Mama nämlich folgendes, dann leckt die nämlich, meistens leckt die dann so, ja, so, und dann wie so das Fell glatt lecken, das ist dann für die, für die Kitten als Beruhigung. Man soll wirklich, wenn man eine neue Katze hat, einfach hier oben anfangen, nicht gleich mit dem Fuminator, und ihr seht auch jetzt schon, ich habe Unmengen von, von Haaren in der Hand. So, und die Frieda und der Max, die kennen das ja schon von Anfang an, das kennen, bei Katzen, von Freunden, oder auch von meiner Tochter, die Katze, Tequila, die schneide ich heute mal mit rein, das ist eine ganz wilde. Bei jedem kleinen Einsatz, was du machen willst, faucht dich die Killer an, aber Frieda ist ja ganz friedlich, ne? Guck mal, guck mal, das ist schon ganz schön, ne? Na, Frieda, guck mal, das ist ja alles voll Haare, guck. Ja. Frieda hat die Schnauze voll. So viel ist es ja nicht gewesen, ne? Jetzt warten wir mal auf Max. Ich bin mal auf Max oben. Max ist im Moment in einem kleinen Bett, also müssen wir das Ganze vertragen, bis dann. Ich bin mal auf Max oben. Ich bin mal auf Max oben. Ich bin mal auf Max oben. Vielen Dank.